Sag mal, willst du mich irgendwie verarschen? Hallo, das ist mein Tier. Ich habe auch die Erfahrung dafür bekommen. Echt, nicht wirklich. Der muss, ja, wenn du jetzt E drückt hältst und dann unten in der Mitte, erst rechte. Ich kann den Sattel da nicht reintun, der Sattel ist irgendein Schwachsinn. Echt? Ja. Gut, aber ich kann ja diesen Sattel dafür erlernen. Achso, das ist Parasarolophus. Hä, was ist das für ein Name da? Äh, Parasarolophus. Keine Ahnung, was das ist, ist mir auch egal. Boah, wir brauchen... Wie viel Fell hast du, äh, wie viel... Wie viel Fell hast du, Tobi? Sieben. Na, reicht nicht ganz. Ich kann dem Vieh auch keine Kommandos geben, ne? Halt's ab. Ja, wie soll ich das denn bitte machen, du? Mal lange E drücken. Doch, geht. Equip to Sattel right. Ne, geht nicht. Soll er zurück? Äh... Set Aggressiv... Der ist aggressiv eingestellt? Nein. Wenn du da steht, Set Aggressiv ist, wenn du da drauf drückst, ist er dann aggressiv. Nein, 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 nein. Set Aggressiv to Aggressiv. Das heißt, der ist aggressiv eingestellt. Doch. Setze die Aggressivität auf aggressiv, steht da. Ja, genau. Was ist das denn, Schwester? I order ennobili-bili-following. Das wollte ich erreichen. Guck mal, da ist schon wieder so ein dickes Tier. Du kannst nicht weglaufen, ich bin genauso schnell wie du, glaube ich. Ey, wie geht's? Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Ich bin schneller wie das Tier. Ich bin... Der folgt dir. Naja, ich laufe mal wieder zurück. Ich hab nur... Vier Punkte auf... Geschwindigkeit gesetzt, aber das reicht anscheinend für die Viecher. Das ist gut. Wir müssen so ordentlich Mauern bauen können. Ja, darum haben die einen das ja mit Stacheldraht gemacht, weil man das schon relativ früh erlernen kann. Meiner, sie ist viel größer wie deiner. Alter, der ist mega schnell. Oh, mit dem kann ich schnell reisen. Alter, wieso geht denn das mit dem Seil nicht? Das ist bestimmt so wie mit dem Helm. Äh, mit der Hose... Doch, mit dem Helm. Mit dem Helm. Mit dem Hutsch. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Boah, in der Zeit, wo wir hier sind, sind schon zwei Fleisch da drinne vergammelt, ja. Okay, gegen einen Stegosaurus ist meins trotzdem winzig. Was an einem Stegosaurus einfach so geil ist, dass er dich vor primitiven Schusswaffen schützt. Das feier ich so. Ich glaube, dein Tier hat Scheiße hier liegen lassen. Habe ich mal aufgehoben, ja. Also bitte in Zukunft das lassen, sonst gibt es hier ein Verwarngeld vom Ordnungshang. Ja, Tobi? Was ist alles? Ich nehme jetzt von Dürer. Hör mal, das wäre mir jedes Verwarngeld der Welt wert, ne. Die Scheiße, die Dutfeeder macht, ne. Die würde ich nicht einsammeln. Das wäre ein Mülltyp. Ja, aber so große, ne, diese... Ja, ja, mit einem gelben Säck, genau. Ja. Ey, wir haben jetzt ein kleines Blockhaus. Wir schicken gleich zwei Dinos vor. Mega geil. Ich weiß nicht, ob ich neben dem Haus so Plattform machen soll, wo ich die drauf stelle. Das könnte ich irgendwie auch machen. Wie viel XP braucht deiner, um aufzusteigen, Tobi? 30. Meiner 10. Deswegen steigen die so schnell auf. Ja. Ich sammle gerade noch ein bisschen Holz für dich, ne. Ich dachte, du brauchst das mal. Ja, aber ich glaube, mit meinen kann man auch nicht so richtig kämpfen. Das Dach ist jetzt zu. Das ist schon mal viel wert. So. So, ich habe noch einige Mauern. Ich könnte jetzt Plattformen noch größer bauen. Machen wir das? Ja, nehm wir. Dann nehm ich. Hm? Ja, ein paar Plattformen. Oh, jetzt muss ich die Mülltüte holen. Oh, oh, oh. Oh, ich habe einfach hier in die Gegend geschissen. Du. Ja, ich. Ich komme mich nicht mehr beherrschen. Ah, dein eigenes Scheiß muss man auch einsammeln. Ja. Für dir aber nicht. So, boah, ich schaue es nach vorne, boah, ich stelle es mal aus. You're grieving people again. Oh, get you grieved this time. Alter Schwede. Hör mal, Dino, du kannst ihn mal ein bisschen tragen, ne. Sein ist so faul. Alter, habe ich nur sieben Wände. Die ist doch auch nur gebaut wegen Erfahrung, gell. Ja, ne, damit da mehr reinpasst auch. Ja, okay. Ich lege die dann, äh, diese Baupläne lege ich immer unten in die Leiste und dann baue ich die einfach. So, ja, ja. Ja, ja. Also wenn ich die baue, dann lasse ich die da. Ja. Nee, das ist leider grün, das können wir doch nicht einsammeln. Ey, ich will echt die Mauern machen. Können wir hier ein Gebiet absperren, das wäre genial. Das ist auch weiß, äh, grün, ne, da hinten das Licht. Ja. Gott, ne Scheiße. Ey, 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 ey. Das wurde gerade eingesackt, oder? Ne. Einer muss Level 15 machen. Ey, wo ist mein, wo ist mein Vieh? Das kommt da unten irgendwie nicht klar, habe ich das Gefühl. Ja, soll ich Wasserpipes erlernen? Ja, wäre, glaube ich, nicht so verkehrt, ne? Oder eine Rampe. Ich meine, das Level 15 ist das zum... Da kannst du auf jeden Fall ein Tor bauen, wo Dinos durchlaufen können. Ja, da kann man auch eine Mauer bauen. Ja, aber du kannst kein Tor machen. Wie? Ja, du kannst kein Tor machen, wo ein Dino durchlaufen kann. Das ist ja nicht nach... Mit Level 15. Ja, mit Level 15, ja, da kannst du... Ja, so meinst du das, gut. Oder mit Level 15 kann man das machen. Ja, mit Level 15 kannst du ein Tor bauen, wo Dinos mal nicht durchlaufen können. Ja, dann kann man auch wahrscheinlich eine Mauer machen. Das glaube ich nicht. Ich gucke gerade. Das sind so... Ne, scheiße, das ist erst Level 20. Was? Ja, gut, das Tor, ja. Und die Mauer auch. Sind das hier Schränke? Ja, das sind Schränke. Weiter, unter dem einen Schrank auch? Das ist der Kühlschrank. Achso. Ja, also müssen wir das mit Stacheldraht machen, irgendwie. Sollen wir jetzt mit Viechern machen? Level 20 werden. Ja, ich würde sagen, dass wir ein Stacheldraht... Oder halt so... Irgendwie die halt ummauern, so dass da kein Schwein drankommt, so einfach. Wo ist es hingehen, ja. Ich hole nur Holz. Ich dachte mir, wir brauchen das jetzt. Spikes. Boah. Da brauchst du auch Holz ein. Ich will Holz auch mal für die Spikes. Alter, was ist hier für ein Vieh? Das ist ich. Also das bist du. Äh, ich brauche dafür 40 Holz, 10 Fälle und 30 Fieber. Ich wette, wir sprechen das völlig falsch aus. Bist du gerade auch in den Baum, du Arsch? Hab mich auch gewundert. Hä? Soll ich wieder hohe Schlagfreak finden? Was hat denn jetzt für ein böser Baum? Das ist ein noch größerer böser Baum. Boah, ich seh hier kaum was, ne. Das hat... Mega scheiße, die Liebe. Ja. Oh jo. Wow, was war das denn jetzt? Fliegen sie, ich bin bei dir jetzt bei dir auch. Ja, das ist, wenn die... Spring nicht! Ich glaube, ich hab meinen Vieh gerade geschlagen. Ne, hab ich doch nicht. Oh, er ist gesprungen. Was ist denn, hab ich so bekommen? Hä? Ach, ne, hat er nicht. So, dann fliehen. Der ist halt den Berg runtergesprungen. Ich würde gerne wissen, wie ich ihn schneller leveln kann, ne? Aber bisher kriegt er, glaube ich... Ja, reiten und dann immer die Sachen zu machen. Ja. Das brauche ich... Boah, alter. Ich brauche noch 30 Fälle, Tobi. Damit ich den Sattel bauen kann. Okay, komm mal her. Und einmal entladen. Mach' ich auch gerade, ey. Und Steine kann ich dir auch geben. Ja, du kannst deinem Tier mehr geben, wie ich mein. Komm mal mit, ab zum Wasser hier. Ja, ne? Ja, ne? Ja. dual little dick I like dick ah so ne community ist das hier ganz versaute dann gehen wir mal zu der Teenie Bukake wo ist der Baum? no not yours hat sie den kleinen jungen direkt frustriert oh der Dino ist so geil der steigt bestimmt gleich auf nein nein nicht der ist kurz davor ja wie viel Level ist denn deiner? sieben sieben und der hat nur zehn ja 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 bei mir nicht das ist ganz praktisch aber wenn ich Holz schlage merke ich den eh nicht ah komm ein bisschen geht noch nochmal 100 Holz rein boah der ist jetzt fast ganz voll mal gucken ob der jetzt noch immer so schnell läuft oder ob der überhaupt mal läuft ja ich glaube ich hab meinen gratis geladen oder nicht überladen aber der bewegt sich nur noch ganz langsam ich bin überladen zack ja 180 Holz trägst du ja locker na meiner trägt jetzt nichts mehr locker ja ich bin bei 200 ich bin grad bei deinem 225 trägt der gar nicht da ist irgendeine da ist auf jeden Fall ein bisschen Feld für mich drin ja was ist das für ein Tier ach das ist ein Stego ja doch den sollte ich ja eigentlich relativ schnell warte mal da sag ich lieber mein Tier bleibt mal hier stehen ein Stego? ja äh order disappear foaling ich hab sonst Schiss dass er irgendwie gegen den Stego kämpfen möchte jetzt willst du jetzt ein Stego fertig machen? ja weil ich Fälle brauch Stego? ja äh 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 Triceratops da ach ach ok ich war grad zu dir kommen aber ey scheiße der ist Level 17 das kann der nicht ansehen oder? das willst du nicht sehen ne? das stimmt nicht guck schon da unten auf den Boden ah ich will mal gucken wo bist du denn? ich hab ihn getötet Level 17er wo bist du? äh bei dem äh Spike Haus ja das dumme Vieh gibt mir fast nur Fleisch das das hat mir jetzt 3 Fälle gebracht ach ne 5 ne 5 naja kann nämlich jetzt noch sein Kumpel ne? wohl nass sie fertig ich bin schwer Was ist denn jetzt passiert? Ah, ich bin dehydriert. Ja, fick doch die Henne. Ja, fick sie doch. Und jetzt lass mich in Ruhe. Hallo, was bist du so behindert, Junge? Ey, das leckt hin. Scheiße, was ist das denn? Ein Spinosaurus. Ich lauf weg. Scheiße, Mann. What the fuck? Was ist das für ein Ding? Was? Ein Spinosaurus. Ich glaube, dass viel was dich auffällig gemacht hat, oder? Ich habe das jetzt nicht so genau erkennen können. Ich hatte einfach nur Angst und habe es gestochen. Ich drehe mich gerade um. Warte so, bis Trigo Spike zu mir gelaufen kommt. Stehe da ganz ruhig und hört nichts. Außer... Ja, das machen die Viecher gerne, ne? Ne, das war ich. Da habe ich den Trigo Spike erst zu mir gelaufen. Wieso? Boah, scheiße. Ich hoffe, ich kriege da jetzt meine Sachen eingesammelt, oder? Das Vieh ist ja auch sauschnell, ne? Ja. Ja. Meins im Gegenteil. Trio Spike. Ja. Gemütlich. Wie gemütlich der ist. Ach, du hast einen Haufen gemacht? Nooo. Wie kommst du denn überhaupt noch klar? Ja. Ja. Jetzt chill doch dein Leben. Geht doch. Du würdest ja gerne austragen. Alter. Geht doch. Raus. Ey, scheiße, man. Tobi, wie soll ich jetzt an meine Sachen kommen? Das Vieh ist da und frisst mich gerade. Ne, das beißt irgendwas anderes, glaube ich. Wo ist eigentlich der... Der Wacken? Wacken ist eine Gruppe von den Viechern. Von den Dildos? Von Dildos. Drei Stück oder so. Ja, der gesucht. Wie viel? Wie viel? Nee, meiner ist tot. Ich sehe was. Jawolleck. Gut gemacht. Das ist ja gleich level aufgestiegen. Oh, das dumme Vieh soll sich da ver... Ich glaube ich habe einen getötet. Ja, das dumme Vieh soll sich da verpissen. Wer ist denn ein Trios Spike? Ich glaube der rennt zu mir Ne, der ist zu meiner Leiste Ojo, hier ist ein Krokodil